Musik Digga, was ist das, was ist das für ein Modus? Hä? Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, danke auf jeden Fall für den Support auf Twitch und auf YouTube. Ihr seht hier, die zwei Videos und auch die anderen sind recht gut angekommen. Danke auf jeden Fall dafür. Es wird in Zukunft jetzt auch ein bisschen mehr auf YouTube kommen. Ich habe hier nämlich jetzt drei, vier Gameplays noch, die ich auf jeden Fall hochladen werde. Die kommen in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Und natürlich schaut gerne auch auf Twitch vorbei. Hier, reflox-heißig, da könnt ihr auf jeden Fall abchecken, könnt auch mitspielen, wenn ihr wollt. Ich werde aber nicht mehr lange labern, denn wir haben einen neuen Modus gezockt, kurz zum Gameplay. Wir haben einen neuen Modus gezockt, das ist der Depot-Modus. Der war früher eigentlich ziemlich gut. Gibt es in Black Ops 3 auch. Der heißt, glaube ich, Fraktur bei Black Ops 3. Ist eigentlich ein okayer Modus. Man kann leveln. Es gibt sehr gute Lobbys in dem Modus, wie ihr euch sehen werdet. Generell haben wir nur gute Lobbys gefunden in dem Modus. Gönnt dem auf jeden Fall euch. Ist kein schlechter Modus. Ich glaube, den Modus brauche ich euch nicht erklären. Das ist eigentlich egal. Ja, ich habe mit der Demon gespielt übrigens auch. Wenn ihr die Klassen immer sehen wollt, weil viele Leute fragen mich, wie spiele ich die Waffe. Gebt einfach auf YouTube ein, reflox und dann Demon, reflox, SWAT und so weiter und so fort. Da kommen wir in den ganzen Videos mit den Klassen. Ich will das nicht immer hier nochmal zeigen. Das ist unnötige Zeitverschwendung. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem Gameplay an. Let's go. Der Team mitnimmt ein. So, schau dir das an. Digga, ist der dumm im Kopf? Er denkt, er muss einheben, gell? Ja. Digga, ist der dumm. Der verteidigt das da drüben, gell? Nee, nee, der checkt das nicht. Der checkt den Modus nicht. Ich will nicht wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Der andere ist komplett links. Der andere ist komplett links. Ohne Kontermalen. Erledigt. Der Spot hat den bei A, bei deiner Rande. Bist, gell? Wie wäre das, wie wir den jetzt nicht so hundern oder am Wegen sind? Oh, der ist gut. Abschuss. Los. LOL, weh. Ist mir gegen, weh. Ich glaube, er sich nicht kriegt dann. No, aber... ...dass er hat. ...dass er hat. ...dass er hat. ...dass er hat. Blitzschlag bereit. Outrider ist platt. Nein, 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 nein. Digga, was ist das? Was ist das für ein Modus? Hä? Meinst du nicht bei uns oder was? Die Jäger, wie shit die sind. Ich habe einen mega Abschluss gemacht, davon waren drei Leute inaktiv. Hattenblätter ausgeschaltet. Einmal drei, zwei, die Prochelle wurde verlinkt. Vorratslieferung. Keine Wirkung, keine Wirkung. Keine Wirkung. Entspricht von einem Einer wickelt. Ihre Kostnab drohne hat das Einsatzgewinn verlassen. Der Kostnab drohne hat die Kostnab drohne aufgehangen. Die drei die betrachten. Nommit wurde entsorgt. Was ist noch etwas nicht? Die Wende hatten doch etwas nicht. Nei. Nein. Was du brauchst. Nein. Oh. NUKO. Doch, Gott sei Dank, alter. Scheiße. War das knapp, das glaubst du gar nicht. Liegt am Boden? Oh. Nope. Scheiße. Zwei. Warum haut er das raus? Einmal die randoms. Wie trainiert es denn? Käthe star. Recon am Boden. Ich will das mal nicht, ich will das glaube ich nicht noch weiter kauf, aber es funktioniert nicht. Feind erledigt. Sie sind tot. Ajax abschutz. Ein. Eingetriegt. Outrider verloren. Die Arzt ist hin eingesetzt. Er wurde fertig. Einer weniger. Die Zeit ist fast abgelaufen. Na los doch. Ziel erledigt. Oh. Hätte ich ihn jetzt noch gefickt. Hätte ich ihn jetzt noch gefickt. Schau. Die Postelle wurde zerlegt. Alle Missionsziele haben gehabt. Alle Missionsziele haben gehabt. Da, das siehst jetzt glaube ich. Ich weiß noch, ob das das war. Ach so, was ist das? Schau jetzt. Schau mal. Da stehen einfach zwei Leute. Schau mal, schau mal. Der macht eh nix. Der macht eh nix. Schau mal.